Hallo und willkommen hier auf dem Channel Xennton Let's Play zu einer weiteren Folge Projekt Minecraft Survival 1.18.1. Viel Spaß beim Anschauen. So. Im Betrieb. Oh, die Maschine ist kaputt. Oder? Weil, macht keinen Boom mehr. Ich denke jetzt nicht, dass Minecraft ist. Weg. Ich darf das Minecraft wieder suchen. Da ist es. Na. So, haben wir. Lalalalala. Wieso hat jetzt gerade die Sendungsschiene gefehlt? Okay. Und wieso ist es hier nicht mal ausgeleuchtet? Ich gucke mal kurz Baustürne, äh, Baustürne, äh, Baustürne würde ich schon sagen. Das da. Muss da hoch. Okay. Hier ist einiges kaputt gegangen. Der dürfte da gar nicht sitzen, da müsste ein Slime-Block sein. Wieso ist der Slime-Block plötzlich da unten? Kommt's auch hier runter? Nein. So. Da. 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 Ah. So. Ich habe erst gedacht, dass hier wäre hiermit gewesen, aber man hat ja gerade gesehen, dass extrem viele Blöcke gefehlt haben. Ich höre gerade, dass ich mich selber da gerade widersprochen habe, ich hatte hier schon mal Probleme gehabt, dass hier plötzlich einiges weggeschränkt war, deswegen habe ich gedacht, dass wir hier mit dem Block gewesen und jetzt im Nachhinein stelle ich fest, da gibt es doch noch andere Probleme. Wahrscheinlich ist es selber seitig irgendwie Problem. Den Stein brauche ich gar nicht, den ich hier baue, dann kann ich den entsorgen. Aber hier, diese Ebene muss weg, die muss flach werden, weil hier da vorne soll dann der Aufzug entstehen. Hoffentlich irgendwann mal, also noch ein bisschen Technik. Aber wenn mir gerade einfällt, ich wurde zu einem Together eingeladen. Irgendwie mit vier Königreichen und so weiter, kann ich leider nicht mitmachen, ich habe es ja gerade erzählt, oder in dieser Aufnahme hier erzählt, dass ich eine neue Stelle angetreten habe und dadurch, dass private Zeit dann noch mal ein Stück reduziert wurde. Dadurch kann ich damit leider nicht mitmachen, es war ein geiles Angebot, muss ich sagen. Aber ich musste das leider ablehnen, aus halt diesen Gründen. Und ja, klar ist es auf der einen Seite schade, ich habe jetzt gerade das Projekt wieder so schön laufen, ich habe den Channel wieder beim Aufbauen, den YouTube Channel wieder am Aufbauen und jetzt geht es natürlich wieder zu Ende. Schade eigentlich. Ich habe gedacht, ich könnte den mal wieder schön hochfahren, naja gut, das geht halt jetzt ein bisschen vor. So, wir haben die Ebene noch geschafft. Da ist ein bisschen weitergegangen. Ne, falsch das. Ja, da ist ein bisschen weitergegangen. Das sieht gut aus. Da ist ein Fehler drin, sehe ich gerade. Da unten das Plateau ist flacher geworden. Ja, ist doch schon einiges passiert wieder. Das Gras ist weitergewachsen. Da wird auf jeden Fall noch eine ganze Menge Erde benötigt. Ah, ich glaube ich hätte da einen Fehler gewonnen. Ne, habe ich zugemacht? Wann habe ich den denn zugemacht? Doch, habe ich nicht zugemacht. Da ist der Fehler. Da. Dann mal kurz. Da. Ne, ne, da habe ich die Erde vergessen. So. Um mal kurz was zu erklären. Ich habe ja hier die Straße gebaut im Timelapse. Und weil ich ja hier nicht so schön diagonal gehen konnte, habe ich gedacht, ich mache hier einfach ein bisschen Erde drauf. Hier einen Hügel hin und dann muss man halt um diesen Hügel rum. Und dann kann man hier drüber. So ist das halt entstanden, so ist das Ganze entstanden. So, als Abschluss dieser Folge gibt es noch einen kleinen Timelapse, was hier nach Offscreen alles so passiert ist. Normalerweise packe ich das ja am Anfang der Folge. Aber diesmal packe ich es ans Ende der Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich wünsche euch dieuite, dass es nicht klar wäre. Ich wünsche euch diebyen. Ich wünsche euch noch einen nenntesten. Das ist perfekt. Ich wünsche euch achtmal mit uns an einigen. Und dann kann man es gar nicht immer wieder drauf, wo ich sie helfen. Ich wünsche euch die kolzen Beteilung. Dann schnau euch mal auf den Tisch. Dann ein bisschen kein Schraub. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020